Der Mahlstrom braucht unsere Hilfe. Neue Informationen über die Kobolde? Ganz genau. Und sie werden euch nicht gefallen. Der Forschungsbericht sagt nichts Gutes. Erzähl schon! Ein Koboldstamm aus La Nosea hat den Primae Titan erneut beschworen. Wir sollen nun dem Mahlstrom dabei helfen, mit ihm fertig zu werden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mahlstrom und die Kobolde aneinander geraten. Du musst wissen, einige Jahre vor der Gründung des Mahlstroms wurden die Primae Leviathan und Titan nämlich gleichzeitig beschworen. Damals wurden sie vom Heer der Helden unter Melvibs Kommando besiegt. Doch schon kurz darauf versammelten sich die wilden Stämme erneut und beide Primae wurden wieder beschworen. Ja, zum Glück nur für eine kurze Zeit, in der sie nicht viel Schaden anrichten konnten. Aber wir haben gesehen, wie schwierig es ist, die Primae aus der Welt zu schaffen, weil sie auf das inbrünstige Flehen ihrer Anhänger hin immer wieder erscheinen. Deshalb hat der Mahlstrom die wilden Stämme genau überwacht, insbesondere die rachsüchtigen Kobolde. Und jetzt ist der Ernstfall eingetreten. Leider wissen wir über Titan viel weniger als über Ifrit. Es gibt kaum Berichte über den Kampf gegen ihn. Und das Heer der Helden wurde vor fünf Jahren aufgelöst. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Das wird eine harte Schlacht. Immerhin ist unser Gegner ein Primae. Da müssen wir mit allem rechnen. Selbst die geballte Feuerkraft der Mahlstromflotte könnte nicht ausreichen. Und die Kobolde lassen nicht mit sich reden wie die Sylphen. Sie sind ein verschlagener Haufen. Diesmal ist also weniger dein diplomatisches Geschick, sondern eher deine Kampfkraft gefragt. Dein Leben wird auf dem Spiel stehen. Überlege dir gut, ob du es riskieren willst. Du hilfst uns also? Vielen Dank. Istola kennt sich in Limsa-Luminsa und mit den Kobolden am besten aus. Minfilia, was meinst du? Istola, kannst du mitgehen? Natürlich, das hatte ich vor. Danke, Istola. Damit ist alles klar. Los geht's. Diesmal müssen wir alle unseren Beitrag leisten, um die Mission zu erfüllen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tankred, Ida, erklärt Gridania und Ulda die Situation und bittet sie um Unterstützung. Und du, Papa Limo, trag bitte alle auffindbaren Informationen über Titan zusammen. Weitere Details wirst du im Hauptquartier des Mahlstroms erfahren. Brich am besten gleich auf. Und sei vorsichtig. Möge das Licht des Kristalls dich leiten.